da komm rein auf engen raum können wir nämlich einigermaßen mit ihr tanzen also auch so engen raum so so wir können die schleime nicht hier runter kommen essen sieht bei allen gut aus kurz rasten so dann nimmst du wieder deinen zauber und da müssen wir uns vorsichtig durch die schleime durch kämpfen und ja ich höre hier einem blau kristall oder irgendwas anderes summen so da kommt schon bei der erste schleim an dem schießen der zweite kommt nicht jetzt kommt erst der zweite und ich höre schon wieder den blauen kristall ja komm ruhig hier von hier aus können wir gut gegen dich antreten gegen ein von deiner sorte jedenfalls das war falsch stirb und wir haben wieder einen kranken gut das bedeutet ich mache mir jetzt die mühe und gehe die zehn meter zurück und speicher mal da wir es ja ras geschafft haben aus der todesfalle lp 035 ja ich spiele auf schwer das muss mir immer klar sein wir haben mittlerweile 7 erreicht ups falscher weg hier geht es lang so noch ein pfeil äh ups ja komm her ich haue dir auf die nuss so ouch mal wieder ja komm her was ich mir gerade lustig vorstelle wenn man nur solche alchemisten in der gruppe hätte und jedem ein kraut gibt dann würde man irgendwann in kräutern schwimmen so hier ist nichts mehr doch hier ist ein halbpilz nebenbei von dem haben wir auch wieder einen neuen gekriegt also heilzeug geht uns so schnell nicht aus hier ist es warm ich wollte noch mal kurz hier runter gucken aber ich glaube zwölf pfeile waren die anzahl der pfeile die wir hatten ne halt ich glaube ich habe in den einen schleim zwei stück reingeballert ok hier hoch hallo du wo wo und wieder ein krank weil ich die geduld mal wieder nicht hatte ja komm her also gestanz sein bedeutet verwirrt sein jetzt habe ich zwei kranke ist ok so jetzt hätte ich gerne meine pfeile wieder so da würde ich gerne mal gucken ob hier drin was liegt eine healing portion und noch eine healing portion und ja von hier aus höchst den blauen kristall noch besser der muss also hier irgendwo sein oder ich höre den da was natürlich auch sein kann wie viele von den heilkräuter habe ich noch sieben also von denen gegen krankheiten das heißt ich muss mal wieder mischen also maler kräuter habe ich mehr als genug die finde ich ja auch zu genüge nur die kräuter sind halt ein bisschen seltener so 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 gut da ist noch einer ja komm her kumpel so kriegst du jetzt auf die ömme und wieder eine kranke ja ich glaube vor krankheiten schützt auch nichts ich lasse sie jetzt lieber mal krank weil so viele häuser habe ich davon auch wieder nicht mehr da komm her so die geben wenigstens gute erfahrungspunkte auch wenn wir noch über 4000 brauchen pro person fürs nächste level ja hier sind überall schleimis rausgekommen äh komm ruhig her ich tu dir auch nichts ja gut ist gelogen du tust mir ja auch was also ist das nur ähm beruht das nur auf gegenseitigkeit du trink mal vorsichtshalber einen Heitrank das können wir besser kompensieren bei Heitrank Dinger habe ich mehr als genug äh abwärts äh Leiter hoch so wieder ein Eiszauber wow und ja ihr ihre Energie regeneriert sich noch und zwar ziemlich schnell muss ich anmerken ja jo ups äh so nächster Zauber wow ähm nein so bitte so jetzt hast du keine Energie mehr deswegen trinkst du einen Mana Trank während ich mich wieder mal zurückziehe wow ja nochmal gestunt bei dir reicht die Energie leider nicht aus und ich bin in eine Ecke gedrängt worden das ist nicht so schön so äh ich geh mal kurz zurück mich nochmal heilen das ist mir nämlich jetzt grad zu riskant also nur heilen der blaue Kristall ist ja hoffentlich wieder aufgeladen ja ist er so so ich stelle mir das richtig heftig vor wenn der auf Single Use eingestellt ist also nein das würde ich mir LP definitiv nicht antun und wahrscheinlich auch im normalen Spiel nicht so wirklich so hardcore möchte ich es dann doch nicht haben äh da lang so jetzt gucken wir erstmal kurz hier runter hier ist was zu essen so mal wieder hier ist nichts hier geht es nur wieder hoch und sonst ist hier auch nichts okay also ja so mache ich nur die Tür zu aber ich kann was anderes da hinlegen anstatt den Stein den ich vielleicht noch brauchen werde du kannst mal einen Pilz essen und dann haben wir hier den Schlüssel Nummer 2 Nummer 2 so passiert nicht noch was garstiges nein ok hier ist nichts ist hier in dem Gang vielleicht noch was versteckt nö also ja wie immer wenn ich was übersehe schreibt es mir in die Kommentare damit wäre das Fleckchen hier auch gesichert äh ja kürzen wir hier schnell ab so gut äh ups da bin ich jetzt dran vorbei gerannt nämlich hier habe ich schon offen jetzt mache ich noch hier auf hier liegen noch zwei Wurfmesser rum die packe ich mal bei dir mit rein und du brauchst auch wieder mal ein Imbiss alle anderen gehen noch 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 ist nichts passiert wo jetzt aber ah äh was soll die kacke ich werde wieder sterben ich sehe sie jetzt schon ich sterbe wieder ich sehe sie jetzt schon ich sterbe wieder ich sehe sie jetzt schon ich sterbe wieder ich hätte speicher gegeben sein und einer tot äh nicht so toll und vordere Reihe ist tot ne ich hätte speichern gehen sollen ach ja ach ja also nochmal durch die Schleime durchkämpfen diesmal vielleicht ein bisschen geschickter und dann gehen wir nochmal speichern bevor ich hier genau so das heißt hier gibt es eigentlich noch was das muss ich mir angucken wenn ich jetzt gleich da zurück hin zurück gehe also ja wir müssen hier jetzt nochmal alle Schleime töten oder einen Teil der Schleime also soweit ich weiß war hier gleich um die Ecke einer oder auch nicht aber hier sind die Heiltränke das hat jeder zwei Heiltränke genau hier kommt der erste Schleim wow und auf dich habe ich vergessen das war es nicht lang genug gehalten äh so und wir haben wieder einen kranken aber wie gesagt daraus mache ich mir diesmal nichts ich verschwende diesmal keine Kräuter äh ja komm her komm ruhig her weil die Energie die regeneriert sich ja trotzdem auch wenn wir krank sind so hey Kumpel stirb Kumpel so äh das war nicht so gut Gott sei Dank haben wir ihn getötet bevor er uns gefährlich werden konnte wow 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 hab ich noch genug? nein also trink ich das war der 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 der